Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Scheißteil lässt sich nicht öffnen. Du hast keinen Schlüssel? Nicht für diese Tür. Schräg. Ja, was wünschen Sie? Ich bin Isaac. Ich wollte Sie und Ihre Familie heute Abend zum Essen einladen. Wir haben alles mit, um hier für Sie zu kochen. So machen wir das hier im Bayou. Also können wir das machen? Natürlich. Wissen Sie, was Sie mir da auf die Quittung geschrieben haben? Was wollten Sie damit sagen? Der Teufel beobachtet uns und zwar ständig. Manche von uns bitten ihn rein und manche nicht. Nichts für ungut, aber ich glaube nicht an den Teufel. Der Teufel glaubt an Sie? Oh, Kleiner. Deine Nase. Was ist denn hier los? Ich will die Leute aus dem Haus haben. Zeit, sich der Wahrheit zu stellen. Haben Sie keine Angst? Die Rechtschaffenen überleben. Es ist ein Verrückt. Männer, lauf! Asche zu Asche. Staub zu Staub. Du brauchst keine Angst haben. Ich bin nicht der Sensenmann. Ich bin nicht der Sensenmann.